Die Sanierung der Oper könnte neuesten Erkenntnissen zufolge statt 2040 erst 2044 fertig werden. Nach Informationen des SWR wird das Bauvorhaben wohl auch teurer. Statt von einer Milliarde Euro ist nun die Rede von 1,5 bis 2 Milliarden. Die Stadt Stuttgart bestätigt diese Zahlen nicht und betont, dass noch Absprachen zwischen den Beteiligten stattfinden. Am 18. November sollen offizielle Informationen bekannt gegeben werden. An diesem Tag trifft sich auch der Verwaltungsrat der Oper.